Es ist 19.53 Uhr. Ich weiß, Sie haben seit fast einer Stunde Feierabend. Gehen Sie nach Hause. Ich weiß, Sie sind nicht so. Hallo? Aus Büchern? Und nachts lauft ihr hier so herum. Sie werden mich fürchten, so wie Camelot es hätte tun sollen. Ich hab's hier raus. Das ist wahnsinnig. Welcher Idiot schreibt solche Bücher? Die Neuschgebiete. Nein! Endlich, mir rollt mich jetzt nicht. Ich bin einfach nach Hause. Angriff! Nach meinen Berechnungen müsste die stumpfe Gewalteinwirkung am Scheitelpunkt der Sinuskurve dazu führen, dass das Glas im Ganzen herausspringt und nach oben fliegt. Nach oben. Oh, Vorzeichenfehler. Nach oben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020